Hallihallo Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück zu Big Farmer! Wuhu! Ich würde sagen... Ach ne, Spielladen brauchen wir ja gar nicht. Wir gehen in ein neues Spiel, denn wir haben ja letztes Mal das Level als Mais oder Profi abgeschlossen. Erreichen sie einen täglichen Betriebsgewinn von 600 innerhalb von neun Jahren. Das könnten wir sogar schaffen. Welchen Heilmittel fangen wir denn mal an? Was haben wir denn überhaupt für Wirkstoffe? Mindert Erkältungssymptome und entfernt Warzen. Was kann man damit so erreichen? Verhütungsmittel für Frauen. Wir nehmen glaube ich mal das da. Also... Import... Da... Entschuldigung. Und dann brauchen wir erstmal den Agglomerator. Wir stellen uns mal kurz zwei Forscher ein. Wir stellen uns vier Forscher ein. Einer geht da unten hin. Zwei gehen da oben hin. Zwei gehen wir machen... ...zu- Jo... ...zu- Ich bin zwei- Wunderbar, jetzt haben wir Lindert Erkältungssymptome und Akkumerator holt man noch nicht, also machen wir daraus erstmal einen Tablettenbocker Produkt name required mal leber Wir bauen uns hier noch die zweite Produktionslinie, weil wir brauchen die Kohle. Insufficient Upgrade Points. Achso, will ich euch heute das importieren. So, das heißt, wir müssen mit der Konzentration N nach oben. Research complete. Einen Ionisator haben wir auch noch nicht, also machen wir uns auch hier erstmal einfach ein Tabletten-Upaar, würde ich sagen, und dann gib ihm. Entschuldigung. Produktname required. Research complete. So, wir wollen aber da oben weiter hin. Warten wir nochmal kurz, bis hier einer von den ganzen fertig ist. Wir können, solange da einen holschicken. A Competitor has released a new product. Wir bauen uns hier nochmal einen Entdecker dazu und schicken von da hin. So. Jetzt haben wir unseren Akkommarator. der die Konzentration steigert. Wir müssen aber, glaube ich, also wir sollten vielleicht erst noch auf den Ionisator warten. Das wird sonst ein bisschen kritisch. Aber ich möchte es trotzdem schon mal ausprobieren. Okay, wir müssen erst in Unterne der Konzentration. A competitor has released a new product. Wunderbar. Wir brauchen einen Kredit. Wir schnappen uns ein paar Mal einen Ionisator. Jetzt kommen wir ab, da schon geht. New ingredient discovered. Oh Gott, ernsthaft? Jetzt brauche ich... So einen Scheiß. Aber erstmal können wir da weiter hoch. Das heißt, wir brauchen jetzt ein paar Agglomeratoren. Los. Tief. Los. Noch eins. Ja, damit machen wir den Antibiotikum. Können wir hier noch einen Tablettendrucker hinbauen. Jetzt können wir hier mal kurz weiter gucken. Können wir eigentlich hier direkt mal ändern. Ah, ausgeklickt aus Versehen. Und bauen da direkt einen Akkomerator hin. Können wir noch kaufen. Dann basteln wir uns. Mann! Ja, und gehen noch weiter runter. Okay. Produkt name required. Und noch eins. Und haben ein Vergibungsmittel für Frauen. Tablettendrucker. Ja. 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 Wunderbar. Machen wir schon ein Plus? Sieht noch nicht ganz so aus. Wir sind auf einem guten Weg. Das sind wir. Ich bin schon mit der Ausgabe. New ingredient discovered. Ja, wir machen ein bisschen Platz, das ist doch ganz angenehm. Es geht voran, meine Freunde. Das ist doch ganz angenehm. New ingredient discovered. Research complete. Dann können wir eigentlich mal weiterbauen, ne? Insufficient funds. Schnappen wir uns doch einfach mal. Also Handel, Diabetes, das heißt wir müssen mal kurz mit der Konzentration runter. So. So. Oh. Wunderbar. Jetzt müssen wir erst noch hoch mit der Konzentration. Und hier unten mal mit dem da hin. So. 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 Invalid Position Mann, komplizierte Kacke. Wunderbar. Ich brauche nur einen Tablettenbruch. Wie komme ich denn da jetzt hin, bitte? Das ist doch nicht witzig. Ich brauche nur einen Tablettenbruch. Ich brauche nur einen Tablettenbruch. Ich brauche nur einen Tablettenbruch. Und warum mache ich keinen Plus mehr? Was ist da los? Ich brauche nur einen Tablettenbruch. Das könnte ich jetzt ein bisschen wieder Plus machen. New World Event Was soll ich denn machen? Ich brauche jetzt noch ein zweites Medikament. Ein Kumpeter hat ein neues Produkt verlassen. So, wie können wir das hier noch verbessern? Ein Kumpeter hat ein neues Produkt verlassen. New World Events. New Loan available. New Ingredient discovered. Ja, sehr schön. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie das geht. Ich brauche das da. Insufficient Upgrade Points. Importieren. Das sollte ich besser da importieren. Importieren. Kann ich da gar nicht haben. So, jetzt brauche ich nämlich das da drin. Jetzt brauche ich dieses tolle Teil. Ich brauche eigentlich einen Multimixer. Ne, ich brauche einen Multimixer. Mmmh. Dann können wir hier auch nochmal weiter bauen. So, dann bauen wir nämlich das nächste mit rein. Was kann der? Lindert so brennen. Wir lindern wir doch mal so brennen. Wir müssen dafür die Konzentration um einen steigern. Dafür nehmen wir die Konzentration mal den Flüssen. Genau. Dann brauchen wir einen Verdampfer. Mal einen Verdampfer. Dann müssen wir mit der Konzentration noch weiter. Genau. Wir können direkt wieder hoch. Ich probiere es einfach mal rum. Jetzt fangen wir die hier steigern. Wir brauchen jetzt eh zwei Autoklassen um wieder runter zu kommen. Ich spiele hier schon mal. Wir können aber beides hier testen. Ich tasse das mal ein bisschen anders. Wasser in die Beskrone lassen. Achso, ich muss auf sechs bis acht runter. Also, ich bin hier. Man muss auf sechs bis acht runter. Dann nehmen wir noch mal einen Bernie Saal. Jetzt brauche ich einen Autoklassen. Schau. Insufficient Funds. Insufficient Funds. Ich habe nichts. New World Event. Das ist so fein. So, jetzt kann ich einen Appetithemmer. Das denn. Dafür nehmen wir uns doch einfach mal den da. Und nochmal. Invalid Position. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich schließe hier. Das ist das Problem. Ich habe hier einen Appetithemmer. So, dann kann ich hier mal einen Schwenken-Mettenpapper holen. Product name required. New world event. Loan repaid. What is this? Product name required. Let's go. Insufficient Upgrade Points So, ich würde sagen, den einen Bereich haben wir schon mal geschafft, aber wir setzen fort. Also Anfänger haben wir. Jetzt heißt es, wir müssen mehr machen. 2000 wollen wir. So, ich muss jetzt den Rest mal hoch und wir fangen tatsächlich an, so lange man wirklich gewinnen zu machen. Ach, kriegen wir jetzt hier mal einen Multimixer hier oder? Können wir auf jeden Fall. Schöpfer wollen wir auch haben. Ich hoffe, das ist auch nicht mehr. Nee, ist klar. Das sind wir hier rein. Insufficient Upgrade Points Das muss erst mal reichen. Ja, für heute würde ich aber sagen, reicht es. Wir gucken mal, wie weit wir nächstes Mal kommen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Eure Thimble Tech. Bye, bye, little baddies. Und ich